Tag Nummer 5 von dem Poetischen Pop-Quiz ist jetzt am Start bei uns in AFK Arena. Beginnen wir direkt mit der ersten Frage, die lautet, was hat Rowan 1 zum Geschenk bekommen? Hier haben wir bei mir in dem Fall dann Antwort C mit der Ente. Frage Nummer 2, wohin springen Kenisa und Rook, wenn sie ihre Fähigkeit Blitzschloss aktiv benutzen? In dem Fall ist es Antwort A mit an den Ort mit der höchsten Feind-Konzentration. Angekommen bei der dritten Frage, welche Augenfarbe hat Theowa? In dem Fall ist es Antwort C mit lila. Frage Nummer 4, wie viel Attacke-Attribut-Bonus wird gewährt, wenn vier Helden derselben Fraktion in einer Formation zusammen verwendet werden? In dem Fall ist es Antwort C mit 15%. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. In dem Fall heute auch alle fünf Fragen, es gibt keine sechste. Welches Elementar-Emblem gibt Solise die Macht, ihren Wald zu beschützen? In dem Fall ist es Antwort D mit dem Wasseremblem. Somit haben wir alle fünf Fragen richtig beantwortet und bekommen hier nochmal die fünfe Kisten. Zusätzlich dazu gibt es dann natürlich auch noch die Belohnungen mit den fünf Fraktionsschriftrollen. Checkt gerne noch das gestrige Video ab, dort haben wir uns den neuen himmlischen Helden angeschaut, der bei uns dann auf den globalen Servern am Dienstag erscheinen wird. Ansonsten sehen wir uns dann morgen bei Tag Nummer 6. Macht es bis dort hin auf jeden Fall gut, Leute und ciao. ART